Um eines habe ich meine deutschen Kollegen immer sehr beneidet, und zwar um die Dialekte, die sie perfekt beherrschten. Und ein Meister darin war Peter Frankefeld. Sie sehen ihn jetzt in einem Sketch, in dem er zeigt, wie Leute verschieden reagieren, wenn sie plötzlich im Restaurant feststellen, dass sie kein Geld dabei haben. Das gibt es sogar nicht. Hörst du sie mal, das sind doch Herrschaftsposse. Herr Uwe, tu sie mal zusammenschreibe. Ich hatte diese Handkäse mit Musik, also ich meine mit Essig und Öl, und das hatte ich, ich habe drei Portionen, glaube ich. Die war auf der Karte aufgeschrieben mit 1,40, 1,40. Da hatte ich noch fünf Schnäppchen und da hast du ein Bierchen. Wie viele Bierchen? Acht. Acht Bierchen? Acht Bierchen. Was sind sie da rumgelaufen? Die Schweine ist ja... Entschuldige Sie bitte. Das muss von dem Case sein. Sieh, der war so sauer. War der gut angemacht. Ich habe, oh, direkt auf dem Milz, ich habe Stich. Och, habe ich Stich auf dem Milz? Och, das wird ja noch schlimmer, wenn ich aufstehe. Och, Gefert. Ei, Herrschaften. Och, hör Sie mal, das sind ja Herrschaftsposse mit Ihnen. Ich will Ihnen mal was sagen. Das war eine richtige Vergiftung, Casevergiftung war das. Och, hör Sie mal, ich... Wissen Sie, was ich mache? Ich gehe beim Untersuchungsrichter. Und deswegen wird er feststellen, wir sehen uns beide noch vor Gericht wieder. Sie lümmeln sie. Peter, was würde ein Kölner machen, wenn er kein Geld bei sich hat? Von der Ring? Kölner. Reiches Land, ne? Äh, Lorenz, Young. Hören Sie mal, ich habe Ihnen nicht zugeguckt, wie Sie hier am Laufen sind, ne? Ist ja toll, wie Sie das machen, ne? Also wirklich. Ich meine, da ist er für einen jungen Mann wie Sie, ne? Ich sage mal, wie das ist. Da ist ja keine Aufhabe, hier mit einem Röggelchen und einem halben Hahn rumzurennen, ne? Ist ja nichts. Ich habe nicht gefühlt, dass Sie was besseres konnten, ne? Hören Sie mal, ich habe ein Hüttenwerk, ne? Wissen Sie, was Hüttenwerk, ne? Schiebe Ihnen mal meine Karte mit. Dann melden Sie sich mal bei mir im Büro, die Sekretärin und ich auch, ne? Oder was besser ist, fällt mir ja, Sie kommen mal bei dem Personalbüro vorbei, ne? Dann in das Großbüro, kommen Sie mal rein und sprechen Sie direkt mit dem Personalbüro. Das ist, glaube ich, das Beste, ne? Ich hätte noch eine Frage, sagen Sie mal. Ich meine, von Geld zu reden wäre in diesem Augenblick nicht so gut, ne? Ich meine, wollen Sie lieber unter Tag arbeiten, da können Sie mehr Möse verdienen, ne? Dann melden Sie sich mal in dem anderen Büro, das ist die Visitenkarte. Wiedersehen, Mann. Ich freue mich auf Ihnen. Danke, danke. Hey! Ja? Bist du zufrieden? Ja, was haben wir noch mehr? Ja, ein Berliner. Oh, die sind schwierig, du. Ein Berliner. Berliner, denen fällt immer was ein und mir nie. Pass auf. Moment. Das ist weg, verrückt, Mensch. Hör mal zu, Mensch. Ich habe doch vorhin noch 8,50 Mark gehabt. Alles in Scheine. Was ist denn so was? Das muss ich verloren haben. Heben Sie mal den Fuß hoch, Mensch. Wo gibt's denn? Habe ich denn das vor der Türe verloren? Kommt, kommt. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich lasse Ihnen zwar sicher die Serviette da nicht, aber ich meine, ich habe doch das Geld hier noch vorhin gehabt, Mensch. Wo gibt's denn so was? Wollen Sie eine Uhr kaufen? Nein, nein. Das heißt, ich will nicht mal sagen, Sie brauchen Sie nicht zu kaufen, die kann ich bezahlen, die meine Kohlen sind weg, wa? Hier, haben Sie eine Uhr, wa? Können Sie nehmen, gehört Ihnen, das ist die Sache in Ordnung, wa? Und dann, äh, sie geht nicht. Oh, das kriegen wir wieder. Nur jetzt. Aber falsch. Geht falsch. Pass mal auf, ich muss sowieso noch am Bahnhof vorbei, da stelle ich Ihnen die gleich richtig ein, ja? Ja. Ja. Wir waren das letzte Mal mit unserer Show in Stuttgart, Peter, und da habe ich das herrliche Schwäbische gehört. Kannst du mal einen Schwaben machen, der kein Geld bei sich hat? Du, die sind ganz anders. Ja? Ganz anders. Ich bin gespannt. Hallo. Das ist so blöd, das ist jetzt auch. Hören Sie? Oberle. Ach, das sind Sie. Hören Sie, ich sag Ihnen ebisch. Jetzt wird's grauslich. Setzen Sie Ihnen nieder, ich glaub, Sie werden's brauchen. Ich sag's Ihnen halt, wie es ist. Ich hän seit drei Tagen nix mehr gefressen. Das war. Und da hän ich ihr Restaurant geseh, da bin ich neu und hab mir gleich so eine richtige Portion in mir neu gepflanzt. Ich bin ein Halbtagel, ich bin ein Bläder. Jetzt passet Sie auf. Ich hän keine Maus an der Tasche. Denen Sie mit mir, was Sie wollen, was Sie wollen, das ist mir ganz egal. Nur eins, bitte, schlagen Sie mir nicht. Bitte schlagen Sie mir nicht, bitte. Das kann ich nicht vertragen auf der volle Mage jetzt. Ja, aber Sie können doch nicht essen und trinken, ohne zu bezahlen. Nein. Nein. Ach, Sie hän's doch gesehen. Aber jetzt staut Sie. Das ist mir so saublöd. Ich bin ein ehrliches Natur. Ich bin ein ganz ehrliches Natur. Ich sag's Ihnen, wie Sie. Wir machen die Folgen. Ich werde's abarbeiten, versteht Sie? Ich geh jetzt in Ihre Küche und werde abwaschen. Ich glaub, das ist das Beste. Ich geh in die Küche und du abwaschen. So, Rudi. Nein, Peter, ich lasse Sie nicht gehen ohne einen Bayer. Da muss doch ein Bayer dabei sein. Was würde ein Bayer tun? Das ist so gefährlich. Nein. Gerade mit Bayern. Nein, nein, nein. Bayer kann ich bezahlen. Ja. Jummi, was ist jetzt grob, wie der Lust ist mit der Wissen, was die Dementsche nennen. Aber ja, vorhin war das. Ich hab da vorhin gerutscht. Nur einmal, ich hab da das genau, aber das ist jetzt das Geld. Schauen Sie, nicht so blöd, wenn ich mein Geld will. Sie schauen Sie, das ist eine saublöde Geschichte jetzt. Das tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann Ihnen kein Geld geben. Passen Sie auf, lieber Freund. Ich muss mit Ihnen reden. Ich hab ja vorhin noch ein Geld gehabt und ich kann Ihnen nicht zahlen. Ich kann Ihnen bei Bewusstsein nicht zahlen. Das tut mir wahnsinnig leid. Lieber Landsmann, sehnt Sie mich nicht bis. Sind Sie auch aus von Minga oder sind Sie ein Bayer? Tut mir leid, ich bin kein Landsmann von Ihnen. Ich bin Preuse. Ein Preis. Ein richtiger Preis. Da legt Sie mich am Arsch. Wissen Sie, dass es in ganz Afrika nicht einen einzigen Komiker gibt? Woran das liegt? Ich weiß es. Wer da immer die Sonne scheint. Für Komik braucht man Regen, Sturm, Schnee, Hagel und so weiter. Mir ist bei einem Urlaub in der Sonne noch nie ein Gag ein- oder aufgefallen. Überlegen Sie mal hier, hier das kleine Land. Auf diesem Globus ist es mehr ein kleiner Mückenschister. Das ist die Schweiz. Und in diesem kleinen Land leben mehr Komiker als in ganz Afrika. Und dabei sind die Schweizer noch nicht unbedingt das lustigste Volk der Erde. Und ein Schweizer fällt total aus der Rolle. Er heißt Alfredo. Und er sorgte dafür, dass meine erste am Laufenden Bandsendung nicht nur allein durch die Kandidaten ein Erfolg wurde. Für Sie, Granada! 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 Sapo-Tasch. Granada. Aieieiei. Sandwich. Karamella, Schokolade. Granada. Hallo, Liste. Luce. Licht hier. Regie. Keiner hier. Luce. 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 Granada. 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 Beheern Sie uns bald wieder. Und? Und er durfte rein? Er hat eine Krawatten. Leihen Sie mir Ihre Krawatte. Nein, das geht nicht. Die gehört zur Uniform. Ich bezahle fünf Mark dafür. Zehn? Sieben. Nein, zehn Mark. Und zwar gleich. Sonst wird sie noch teurer. Okay, mach's. Zehn Mark. Okay, gut. Bitte. Dankeschön. Bitte. Viel Spaß. Ja, danke. Das ist ein Geschäft. Das war jetzt heute Abend schon der siebte.